Hallo mein Kirchhain, der Frank Wagner hier und heute möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Da geht es nämlich darum, euch einfach so ein bisschen meinen Workflow zu zeigen. Also was mache ich, nachdem ich eigentlich bei euch vor Ort Bilder geschossen habe. Und ja, ich war ja in Langstein und hier sind wir gerade also in dem Ordner, wo alle Bilder von dem vergangenen Musical drin sind. Und ja, was muss ich eigentlich machen? Ich muss Bilder nach wie vor entwickeln. Das macht man natürlich nicht mehr im Labor. Das Labor ist jetzt digital geworden, aber hier geht es letzten Endes darum, ich schieße ja in einem sogenannten RAW-Format, das ist also ein Rohdatenformat. Und natürlich kann man auch mit einer Kameraautomatik schießen, aber gerade bei unterschiedlichen Lichtszenen ist die Automatik nie hundertprozentig gut. Und das kann immer noch der Mensch am besten bestimmen, worauf er Wert legen will und worauf nicht. Wie ist das mit dem Weißabgleich? Dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal der erste Schritt. Ich bin also hier in einem Album, wo ich 1600 Fotos einimportiert habe. Also, das erscheint natürlich erstmal viel, aber da ist auch sehr viel Ausschuss dabei. Manche Fotos sind unscharf, ja, und andere wiederum passen vielleicht nicht von der Kompetition oder dann hat mal jemand den Mund, weil er redet in der falschen Stellung und, und, und. Also da gibt es immer genug auszusortieren. Aber wichtig für mich vor allem, um es später wiederzufinden, wenn ich denn tatsächlich so fleißig bin, ist es erstmal das Ganze mit Stichwörtern zu versehen. Also, Langenstein wäre das erste, dann natürlich Musical und dann 800 Jahre. So, und das sind jetzt Stichwörter, die jetzt nach und nach hier für alle Fotos vergeben werden. Und das nächste ist dann, diese Fotos bekommen auch ein Preset zugeordnet. Da habe ich hier was angelegt, darum geht es einfach darum, dass man sieht, ja, in den Zusatzinformationen der Bilder ist das Bild urheberrechtlich geschützt, wer ist da Kontaktperson und so weiter. Theoretisch könnte ich noch Beschreibungen reinmachen, das lasse ich aber hier bei dieser ganzen Geschichte. Und, ja, das dauert jetzt ein bisschen, deswegen machen wir mal kurz Pause, bis das rum ist und dann komme ich zum nächsten Schritt. So, das Ganze ist jetzt fertig. Also, jedes Bild hat jetzt sein Preset. Was jetzt noch nicht so hundertprozentig stimmt, das ist der Name. Man sieht hier also noch der Standardname, der so wie das Ganze aus der Kamera rauskommt, drin. Das heißt also, ich wähle wieder alle Bilder aus, gehe hier auf meinen Dateiname-Konfigurator und jetzt kann ich hier also sagen, ja, ich habe hier ein Preset zum Beispiel für Veranstaltung. Das war also, die ganze Geschichte kriegt also schon ein Datum, wann das aufgenommen worden ist und jetzt brauchen wir halt nur noch, ja, das ganze, sagen wir mal, 800 Jahre Langenstein. Ich kürze das einfach ein bisschen ab und dann Musical. So, jetzt weiß ich also, da machen wir vielleicht hier noch einen kleinen Strich mit rein, damit man das nochmal ein bisschen trennt. Und dann haben wir hier also unsere Nummer, die automatisch vergeben wird und jetzt darf das Ganze nochmal durchrattern, dass also jedes Bild seine Nummer bekommt. Man sieht, das ändert sich langsam. Auch hier überspringe ich das Ganze mal. So, und jetzt käme eigentlich der wichtigste Hauptschritt. Das heißt nämlich, ich gehe jedes Bild im Grunde durch und gucke, kann ich dem eine Note geben oder, ja, eine Bewertung geben oder kann das gleich gelöscht werden. Also wie zum Beispiel dieses Bild hier, da sieht man, da ist einfach eine Bewegungsunschärfe drin. Das wird also erstmal abgelehnt. Ja, das Bild beispielsweise, da kann man auch mal reingehen. Ist auch eine kleine Bewegungsschärfe drin, aber eventuell lässt sich da auch noch was machen. Also, kriegt ein Stern. Und so gehe ich dann einfach durch bei den Bildern. Sag hier also, das kriegt eine 2. Das, ja, das lehne ich mal ab. Da sieht man nichts vom Gesicht. Und hier müsste ich dann auch nochmal so ein bisschen ins Detail reingehen. Der braucht dann immer ein bisschen, bis er das vollständig lädt. Aber ich glaube, das kann ich jetzt erstmal ein bisschen überspringen. Ja, doch. Ja, da können wir dann zum Beispiel auch mal eine 2 geben. Das Bild ist wieder unscharf, wird abgelehnt. Ja, und so gehe ich dann einfach durch die Bilder durch. Und ihr seht schon, da kommt also doch ein bisschen was zusammen, was man mal besser und mal weniger gut bewertet. Ja, und was man dann vielleicht wieder ablehnt bei der ganzen Geschichte. Ja, und das wäre, das mache ich jetzt natürlich nicht für alle 1600 Bilder. Ich habe hier mal ein paar Bilder rausgesucht. Und wenn ich dann nämlich soweit bin, dann gehe ich also in meine Bewertung, lasse mir nur die Bilder anzeigen, die jetzt also gute Bewertungen bekommen haben. Und jetzt gehen wir eigentlich ans Entwickeln. Entwickeln heißt im Grunde, ihr seht das schon, hier ist also ein sehr heller Bereich erstmal. Und hier ist so ein schwarzer Bereich, der also ziemlich abgesoffen ist. Aber das Erste, was mich erstmal stört, das ist so ein bisschen der Weißabgleich. Ja, dass man da also schon mal in den Bereich reingeht, dass das Licht wieder einigermaßen natürlich aussieht, nicht zu hell ist. Jetzt kann ich also hier sagen, es gibt die tiefen Bereiche, die ziehen wir mal ein bisschen hoch. Und die hellen Bereiche, die Lichter, ein bisschen runter. Und schon, seht ihr also, kriegt dieses Gesicht schon deutlich mehr Struktur. Ja, jetzt könnte man nochmal gucken, kann man da nochmal was mit dem Kontrast machen. Ein bisschen schwarz, ein bisschen Struktur hervorheben. Es gäbe hier auch nochmal ein bisschen künstlerischer zu werden, durch die Klarheit beispielsweise. Und vielleicht noch ein bisschen Sättigung reinzubringen. Und das ist eigentlich so der Hauptschritt, den ich beim Fotos entwickeln mache. Also im Moment ist mir das zum Beispiel vom Kontrast her noch ein bisschen zu stark. Jetzt könnte man zum Beispiel nochmal gucken, bringt das Dunstempferen noch was. Ja, so ein bisschen haben wir da tatsächlich, was wir da mit reinbringen können. Es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten. Also hier kann ich auch nochmal nachträglich in diesen verschiedenen Helligkeitsbereichen was dazugeben oder weg. Aber ich finde im Großen und Ganzen passt das schon ganz gut. Und theoretisch kann es sein, dass man vielleicht je nach Lichtverhältnissen sagt, ich habe jetzt hier die Haut, die ist mir ein bisschen zu stark gesättigt. Da nehmen wir mal ein bisschen Sättigung weg. Ja, und so weiter und so fort. Also da habe ich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und die kann ich hier und da auch auf andere Fotos so übertragen. Also ich muss das jetzt nicht immer unbedingt für jedes Bild einzeln machen. Meistens reicht es je nach Lichtverhältnissen einmal so eine Einstellung vorzunehmen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, da habe ich aufgrund der Lichtverhältnisse sehr viel Bildrauschen drin. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht im Stream so gut sehen kann. Auch da kann man dann so ein bisschen was rausholen aus der ganzen Geschichte. Kann hier in der Luminanz nochmal ein bisschen entrauschen. Aber das nimmt uns dann natürlich auch so ein bisschen Klarheit in dem Motiv. Deswegen lasse ich das so nochmal. Das wäre also der nächste Schritt, dass ich erstmal diese Einstellung vornehme. Das können wir vielleicht hier auch nochmal. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hätte gerne die vorherige Einstellung von dem Bild, dann sieht man schon, ja so ein bisschen passt es, aber nicht ganz. Also ich müsste hier tatsächlich nochmal gucken, dass ich eventuell nochmal das Ganze ein bisschen stärker belichte. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, das Bild, hier stand ein Teil der Schauspieler, stand gut im Licht, die anderen nicht. Das heißt also, da müsste ich mir dann tatsächlich nochmal eine weitere Bearbeitung hinzuholen. Vielleicht das Ganze über einen Verlauf regeln. Der ist genau die andere Richtung. Und würde dann also zum Beispiel hier probieren zu sagen, okay, über diesen Bereich versuchen wir nochmal die Belichtung ein bisschen hochzuziehen. Vielleicht auch nochmal den Kontrast. Ich mache das jetzt hier natürlich nur ein bisschen ansatzweise, ja, gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen weiß dazu und eventuell nochmal ein bisschen mehr Sättigung. Und schon kann man da ein bisschen mehr rausholen. Das darf ich jetzt natürlich nicht eins zu eins auf das vorherige Foto übertragen, weil da ist ja eben dieser Verlauf drin. Und so muss ich eben wirklich Schritt für Schritt durchgehen und muss sagen, okay, passt das jetzt, wenn ich einmal ein Profil über alle Sachen drüber lege. Hier sieht man zum Beispiel, da brauchen wir deutlich mehr Belichtung nochmal in dem Bereich, dass das besser wird. Aber im Grunde hat sich damit schon die Bearbeitung. Übertrage ich das wiederum auf dieses Bild, sieht man, ist es viel zu hell belichtet. Also, man sieht, da sind immer noch ein paar Stellen, die nachgebessert werden müssen. Das reicht also nicht, wenn ich da über ein einziges Profil gehe. So, das wäre jetzt im Grunde mein nächster Arbeitsschritt gewesen. Also erstmal die Bilder so abpassen. Und dann kommt jetzt noch ein weiterer Arbeitsgang, den ich also für alle Bilder mache. Das ist dann so ein bisschen das Freistellen, dass man also sagt, ja, möchte ich da auch alles so drin haben? Passt mir das? Richte ich die Bilder noch ein bisschen aus? Das hier wäre zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich sagen würde, ja, das kann noch ein bisschen runter. Hier habe ich vielleicht ein bisschen zu viel an den Köpfen. Da können wir noch ein bisschen runtergehen mit dem Bild. Das Bild ist fast gut, da kann man aber trotzdem nochmal ein bisschen zusammengehen. Und jetzt sieht man eben bei den Bildern, manche muss ich vielleicht auch noch von der Ausrichtung her ein bisschen drehen. Und was ich zum Beispiel ganz gerne am Schluss nochmal mache, das ist vielleicht noch eine kleine Vignette rein oder irgendwas in der Art, um einfach auch das Motiv so ein bisschen in den Fokus zu bekommen und ja, das Augenmerk eigentlich mehr auf das eigentliche Bild zu richten. Aber sowas kann ich dann zum Teil auch wieder über eine Mehrfachauswahl einsortieren. Und ja, jetzt käme der nächste Schritt. Der nächste Schritt wäre dann eben, das Bild zu exportieren. In manchen Fällen gibt es auch noch eine Möglichkeit. Ja, also ich habe ja euch gezeigt, wir haben hier zum Beispiel nochmal sehr viel Bildrauschen drin. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier ganz einfach über so eine manuelle Rauschreduzierung rausgeholt. Wenn ich die jetzt nicht machen würde, würde das so aussehen. Was ich aber hier auch noch machen kann, ist tatsächlich, gibt es mittlerweile eine KI-gestützte Bildentrauschung. Man sieht also hier, wie das im Detail aussieht und was die KI da tatsächlich noch alles rausholen kann. Vielleicht, wenn man es mal so hier auf die Barthaare und den Mund überträgt. Das dauert einen kleinen Moment. Ja, da lässt sich also noch was machen. Das Bild verbessern wir jetzt einfach mal. Der Unterschied zu vorher ist, vorher hat das Bild vielleicht 40, 50 MB auf der Festplatte in Anspruch genommen als RAW-Datei. Weil, sobald ich das bearbeite, sind es 150 MB pro Bild. Und daher mache ich das nicht mit allen Bildern, weil ich sonst mir statt jedes Jahr eine 4 TB Festplatte könnte ich mir dann wahrscheinlich alle halbe Jahre eine 4 TB Festplatte neu kaufen. Allein nur, um diese Rohbilddaten zu archivieren. Aber ich lasse das jetzt mal durchlaufen. Dann könnt ihr das Ergebnis mal im Vergleich sehen. Ja, und jetzt ist das fertig bearbeitet. Das ist also das Ergebnis. Völlig entrauscht. Ich zeige das vielleicht mal im Fullscreen. Und da sieht man also gerade hier in den Blautönen, da ist nicht mehr viel übrig geblieben an Neues im Vergleich zu vorher. Da sieht man also doch schon einiges mehr an Bildrauschen in den Bereichen. Also da lässt sich schon viel, viel gewinnen mit diesem neuen KI-gestützten Tool. Aber es dauert seine Zeit. Bei 100, 200 Bildern ist der Rechner dann schon mal eine Nacht beschäftigt. Also sehr rechenintensiv und sehr speicherintensiv. Deswegen, was ich jetzt zum Beispiel häufig mache, nachträglich, ist, ich exportiere also erstmal diese Bilder. Normalerweise lade ich die dann gleich auf den Server hoch. Aber hier speichere ich sie jetzt erstmal lokal. Und wenn dann alle Bilder lokal exportiert sind, dann kann ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit damit anstellen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch bei dem richtigen Bearbeitungsprogramm bin. Ich habe hier nämlich auch noch ein Tool, womit ich nachträglich die Bilder noch ein bisschen verbessern kann. Also ihr seht, ich habe hier immer noch relativ viel Bildrauschen drin. Die Bilder sind auch noch teilweise unscharf. Und wenn ich da jetzt im Grunde dieses Tool drüber laufen lasse, da seht ihr also, da lässt sich dann tatsächlich noch ein bisschen was rausholen aus dieser Geschichte. Ja, und das ist der Prozess, der also nötig ist, oder besser gesagt, den ich in die Bilder meistens reinstecke. Ab und zu wird hier und da vielleicht nochmal ein bisschen was retuschiert. Das ist jetzt aber hier nicht so nötig, sondern eher bei anderen Veranstaltungen, dass man vielleicht mal hier oder da einen Schweißfleck entfernt oder solche Geschichten. Und das ist die Arbeit, die ich letzten Endes in jedes einzelne Bild hineinstecke. Und deshalb nehme ich natürlich auch ein bisschen Geld und freue mich natürlich über jeden, dem die Ergebnisse dann so gut gefallen, dass er oder sie dann auch bereit sind, ein paar Cent pro Bild dafür auszugeben. Ja, das war's. Das war also mein kleiner Einblick in mein Workflow, damit ihr einfach auch mal seht, das ist nicht einfach nur ein Klick. Ja, und damit verbleibe ich mit vielen Grüßen und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Veranstaltung. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.